Gronau, hu hu hu, ich bin in Gronau, Gronau, hu hu hu, ich bin in Gronau. Hey, was geht ab? Wo wird heute Abend das Tanzbein geschwungen? Ich wollte hier nur mal kurz noch mal ein kleines musikalisches Ständchen bringen, weil mein Fahrrad, beziehungsweise der Tacho meines Fahrrads, ich muss immer in die Kamera gucken, der Tacho meines Fahrrads feiert ein Jubiläum und zwar bin ich jetzt schon mit meiner Leetze. Hallo Leetze! Bin ich bereits 500 Kilometer insgesamt gefahren, auf die nächsten 500, ich brauche nicht mehr lange bis Ende, bis gleich.